Ja hallo, einen schönen guten Morgen. Mein Name ist Prof. Dr. Karl Peter Fischer. Ich bin hier an unserer Privatuniversitätsschloss Seeburg in Seekirchen am Wallersee. Mein Aufgabenfeld als Professor ist der Bereich der Wirtschaftspsychologie. Ich habe mich spezialisiert auf Markt- und Werbepsychologie, auf Konsumentenverhalten und auf digitale Kommunikation, auf Online-Marketing, auf digitale Kommunikation in einer digitalen Welt. Gemeinsam mit meiner Werbeagentur und Kommunikationsagentur 4M in München-Gräpelfing habe ich nun aus der Lehre herauskommend und aus der Theorie oder Theorie abgeleitet unterschiedliche Vorträge und Vortragsarten zusammengestellt, die ich eben auch in der Praxis auf dem freien Markt Ihnen als CEO, als Geschäftsführer, Vertriebsleiter oder als Vertriebs- und Marktleiterin gerne vorstellen möchte. Das Angebot hier ist, ich versuche einen sogenannten Branchenfokus aufzubauen. Also nehmen wir mal das Thema Digitalisierung. Was bedeutet Digitalisierung im Handwerk? Was bedeutet zum Beispiel Digitalisierung für Dachdecker? Was bedeutet Digitalisierung und digitale Kommunikation zum Beispiel für Ärzte? Was bedeutet das für Patentanwälte? Also ein riesengroßes Feld und mein Angebot, das ich Ihnen gerne machen möchte, aus der Universität und Hochschule heraus kommend, aber auf der anderen Seite eben auch die Praxis kennend. Ich würde Ihnen kostenlos einer meiner Vorträge zu diesem Thema Digitalisierung, Digital Readiness, Online-Kommunikation, die Webseite als digitale Heimat, Was muss man im Online-Marketing beachten in speziellen Branchen? Und wie muss man das Crossmedial heutzutage erfolgreich mit der Offline-Welt verbinden? Also mein Angebot nochmal an Sie, ich würde Ihnen gerne meine Vorträge anbieten, um dann, kommt gerade ein Zug vorbei, weil mir hier ein Zuggleis durchgeht, Also ich würde Ihnen gerne meine Vorträge anbieten, die aus der Universität kommen, aber auf die Praxis abgestimmt sind, kostenlos, eine Stunde, zwei Stunden, eine Stunde, zwei Stunden in Ihren Verbänden, in Ihren Innungen, bei Ihren Veranstaltungen und im Gegenzug eine Hand wäschen. Die andere würde ich aus meiner Agentur dann eben zwei, drei Mitarbeiter mitnehmen, die Ihnen dann an Beispielen, die auf Ihre Branche getrimmt sind, deswegen Branchenfokus, Ihnen dann diese Vorstellung und Ihren Mitarbeitern, Ihren Verbandskollegen oder Kolleginnen vorstellen und Sie können praktisch für die Digitalisierung und für die digitale Kommunikation unsere Kommunikationslösungen dann eben auch verwenden. Das ist der Deal, Vortrag, Einblick, Updaten auf die digitale Welt und wir im Gegenzug vielleicht mit der Agentur dürfen Ihnen dann oder Ihren Mitgliedern dann unsere Lösungsvorschläge präsentieren. Das wäre der Deal, das war's schon und vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss! Zuhören! 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 Zuhören!